So, ja, so, in irgendeinem Video werde ich euch Win11 vorstellen, weil Win11 lasse ich mir gerade auf einen Stick ziehen. Wir haben, noch einmal, wir haben eine Computerabteilung und eine Videoabteilung und eine Kopierabteilung, okay? In der Videoabteilung machen wir halt Film, Foto, das ist klar, habe ich euch auch schon gezeigt. Und in der Computerabteilung, Computer. Und alles, was dazu gehört. Wir haben viele, die sich da Computer halt zusammenschrauben lassen. Ob wir günstig, weiß ich nicht. Da habe ich mich halt nie drum gekümmert. Das ist für den Kollegen. Wenn ihr also mal irgendein Gerät braucht oder so und ihr seid in der Nähe, wie gesagt, hier auf der Kölner Straße könnt ihr die dann abrufen. Wie, wo, was, Ultra HD Web TV, das steht alles. Und ihr könnt mich dann kontakten und ich sage euch, ob er da ist oder ich vermittle ihn euch. Und er macht es euch fertig. Also gestern hat er noch einen 1.9 zusammengeschraubt, aber einer der Superlative. Er sah Teil aus, also Motherboard. Dann den 1.9 und dann den Lüfter da drauf. War schon mächtig. Dann habe ich dann eine 1TB Flash eingesetzt. Festplatte. Kennt ihr ja die hauchdünnen Dinger da. Ja, ich arbeite noch mit SSD-Festplatten. Also man kann ja schon eine Art Chip-Technologie einsetzen. Wie gesagt, das ist sein Bier, nicht mein Bier. Ich bin für Film, Foto und Kopien zuständig und andere Sachen. Und Computer mache ich nur im absoluten Notfall eben mal fertig. Aber da habe ich keine Zeit mehr für. Früher habe ich das ja beruflich gemacht. Heute nicht mehr. Ich weiß noch, am ersten Pentium gearbeitet. C90, P90. War schon okay. Also wie gesagt, wir haben viel Spaß gehabt mit Mo-Laufwerken, mit dem 5-1 Viertel-Laufwerken. Dann Floppy-Disc, 3,5 Zoll und A. Oder mit dem Tonband sozusagen. Also das war ja wohl die Krönung aller Zeiten. Data-Sette. Die Data-Sette. War schon krass. Wirklich war krass. Ja. Ich könnte sagen, dass ich meinen Win-11 jetzt bekomme. Vonhand der Stimme. Dann werde ich gleich loslegen. Ob das schafft? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich einen Rechner, den ich da als Testzweck nehmen werde. Ob ich live zuschalte, weiß ich nicht. Ob ihr das live sehen könnt, muss ich schauen. Könnte ich ja bei TikTok. Aber es ist viel Arbeit. Und auch konzentrierte Arbeit. Aber könnte sein, dass das hier gleich win-mäßig abgeht. Ja, win-end. So, das war's schon. Also wie gesagt, TikTok macht mehr Spaß wie YouTube oder Facebooken. Ist halt so. Wir machen vieles, okay? Und da haben wir auch schon vieles gemacht. Ne, war er nicht, war er wohl ein anderer. Aber die Stimme kann mir so bekannt machen. Ja, mal schauen. Ich habe ja noch zwei Stunden. In den zwei Stunden kann es sein, dass dann Win-11 hier rein rauscht. Und dann Win-11 auf den Rechner gepustet wird. Und dann zeige ich euch, wenn es funktioniert. Ich habe jetzt keine Zeit, da irgendwelche Konfigurations zu machen. Ich hoffe, dass das Win selber macht. Weil einen Rechner opfere ich jetzt. Ja, die Stimme kenne ich auch. Das könnte ein gewisser. Hallöchen. Hallöchen. Was darfst du sagen? Ich möchte mir was drucken für, also, wie er einfach kann, ne? Genau. Nee, aber für ein Paket.